Aufnahme startet. Wann? Jetzt. Einen wunderschönen guten Tag aus Hönow bei Mahlsdorf. Wir sind in Mahlsdorf. Ist das Karl-Marx-Dorf? Nein, das ist Mahlsdorf. Wir machen nochmal. Es bleibt positiv. Aufnahme läuft. Einen wunderschönen guten Tag aus Hönow bei Mahlsdorf am Stadtrand. Was machen wir hier, Sven? Was machen wir hier? Die Freien Geister 4Gs sind wieder unterwegs. Am 14. Ja, wir fangen nochmal an, wa? Warum komm ich jetzt auf den 14? Noch näher ran. Weiter weg. Noch näher ran. Weiter weg. Alles gut. Kannst du so bleiben? Ja. Zack. Und da sind wir wieder. Zack. Warte mal kurz. Ja. Ich schwenke mal von hier so rüber. Warte mal, wir machen das mal so. Nächste ZK. Wir sind in... Also müssen wir nochmal machen. Fahren Sie weiter. Fahren Sie weiter. Hier gibt's nichts zu sehen. Fahren Sie weiter. Sven, du darfst nicht in meinen Schwenk reinquatschen. So, jetzt. Und da sind wir. Du fängst an. Die Outtakes nehmen wir mit. So. Ne, warte mal. Und da sind wir wieder bei der zweiten... Ohohohohoho. Und da sind wir wieder bei der dritten Zwischenkundgebung. sind wir schon ordentlich gefahren aber hier jetzt weiter die menschen aufklären und zu sagen was in unserem land los ist und gleichzeitig werbung zu machen für den fünften zehnten also aufnahme läuft ja genau schön den ton weggehustet der straßenmann kommt und mit dem bus helene weigel platz auslauf aussteigen helene weigel platz aussteigen und dann kommt ihr rüber laufen hinter uns seht ihr ja die riesen hochhäuser wo viele viele menschen zuhören jetzt kommt der hubschrauber ich kann das ja ausschneiden das ist ja das schöne wir sind ja nicht live dafür war die feuerwehr bestimmt ja also merkt euch 28 9 um 11 uhr sammeln höhlender straße park and ride höhnow müssen wir noch mal machen das kind ist da durchs bild gefahren okay mitkommen möchte 28 9 11 uhr park and ride höhnow treffen wir uns so wir würden uns freuen am 28 9 wenn ihr uns alle unterstützt wir müssen alle zusammenhalten weil wir alle nur menschen sind und in erster linie kriegen wir hin wir müssen es alleine erstmal schaffen für uns für uns alle menschen um 11 uhr sammeln wir uns park and ride höhnow böhlender straße fahren gegen 12 30 dort weg machen dann unsere vier zwischenkundgebungen mitten in den wohngebieten wie ihr gesehen habt und treffen uns dann hier am endkundgebungsplatz am helene weigel platz 8 vorm alten rathaus und werden hier versuchen mit menschen ins gespräch zu kommen den dialog zu führen und aufzuklären begleitet uns und dann werden wir uns am 28 9 sehen vielen dank und euch alle noch einen schönen tag bleibt stabil und haltet zusammen